Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 6. August. Heute dabei BMW, Facebook Dating, Rewe, Comcast und Star Trek. Erste News für heute. BMW und Fossil wollen zusammenarbeiten und Smartwatches rausbringen. Oder andersrum gesagt, Fossil hat eine Kooperation mit BMW eingegangen. Die hatten sie unter anderem auch schon mit Puma gemacht und werden unter dem Brand, unter der Marke BMW dann entsprechend Smartwatches rausbringen. Eventuell aber auch so Hybriden, also Hälfte Smartwatch, Hälfte ganz normal, analog und vielleicht bringen die auch analoge Ohren raus. Man weiß es nicht. Das Ganze wird auch frühestens erst ab nächstem Jahr geschehen. Denn jetzt muss erst mal entwickelt werden und designt. Nächstes Thema. Facebook Dating. War ja ein riesiges Thema, als das angekündigt wurde im Mai auf der F8-Konferenz. Und jetzt wurde raus, nicht wurde raus, ist rausgekommen, dass bei Tests, die intern stattfinden, also Facebook-Mitarbeiter testen das Feature vorab. Und genau jetzt habe ich schon gesagt, es wird ein Feature sein und zwar eins, welches in der Facebook-App integriert ist. Und es wird also keine eigenständige App werden. Und damit ist es eventuell nicht so schwierig für Tinder dann, obwohl andererseits selbst als Feature sind eventuell harte Zeiten für Tinder, die dann beginnen. Und ja, es gibt auch Screenshots schon bereits. Die könnt ihr euch angucken, wenn ihr euch den Link in den Shownotes anguckt, den wir drin haben von TechCrunch. Da kann man halt sehen, was man alles einstellen kann. Und es wird halt auch Mann, Frau, 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 Mann, Mann, Transgender und alles Mögliche wird abgedeckt. Man kann es auch schützen vor seinen eigenen Facebook-Freunden, wenn einem das, weiß ich nicht, vielleicht peinlich ist, dass man das benutzt. Also da ist zumindest einiges in der Mache. Und wie gesagt, ich glaube, trotz allem auch als Feature und nicht als eigenständige App wird Tinder sich da ja warm anziehen müssen. Schon allein einfach wegen der Marktmacht, sage ich mal so. Also Marktmacht, ja, eine andere Küste von Marktmacht ist halt die, die Rewe hat, denn die sind ja einer der größten Supermärkte, die wir so haben in Deutschland oder Supermarktketten. Und die haben jetzt für ihr Online-Angebot, also für den Lieferservice, den man online dann bestellt, klammheimlich den Mindestbestellwert von 40 auf 50 Euro angehoben. Ist einfach so passiert und das geht eigentlich konträr dem Trend, denn ganz viele versuchen den Mindestbestellwert natürlich hier runterzubringen, damit Leute auch wirklich aktiv bestellen und öfter bestellen, beziehungsweise auch eine Flatrate einführen, was auch Rewe selber gemacht hat. Und ja, also irgendwie, die sind natürlich irgendwo auch in der Krux mit der ganzen Logistik, die halt auch Geld kostet. Und wenn ganz viele Leute nur ganz wenig für wenig Geld bestellen, dann macht es keinen Sinn. Andererseits, wenn nur weniger Leute für viel Geld Mindestbestellwert nichts bestellen, dann funktioniert der ganze, ja, das ganze Konzept auch nicht mehr. Also von daher muss man mal gucken, inwiefern das eine Auswirkung hat. Und denn, wie gesagt, Rewe ist schon einer der größeren und eigentlich sogar auch digitalen Vorreiter. Also schauen wir mal. Ansonsten gucken wir immer noch, was Amazon da macht mit Amazon Fresh. Und wenn wir schon bei Amazon sind, die haben jetzt einen Mega-Deal eingefädelt mit Comcast. Das ist ein Kabelnetzbetreiber in Amerika, ist also für uns in Europa oder Deutschland jetzt weniger interessant, aber einfach nur an sich. Das ist schon ein super Deal, denn die haben jetzt vereinbart, dass die Amazon Prime Video reinbringen in das Kabelnetz von Comcast. Also sprich, die Leute, die Comcast als Kabelnutzer abonniert haben, haben natürlich eine Setup-Box und können dort nun auf Amazon Prime Video zugreifen. Klar, auf die ganzen Filme und Serien, die generell da sind, aber natürlich auch auf die Amazon eigenen Produktionen. Und das ist jetzt ein Deal, der jetzt in den nächsten Monaten Amerika startet. Und mal gucken, wie sich das so entwickelt. Denn gerade eigentlich sind die Kabelnetzbetreiber mit ihren Fernsehangeboten überflüssig, denn ganz viele Leute gucken über das Internet und streamen. Von daher vielleicht ein letztes Zucken oder die Lösung. Muss man halt mal schauen. Letztes Thema für heute, für mich eigentlich kein Thema, aber ich weiß, viele von euch sind durchaus Star Trek-Fans. Und da gab es jetzt die Ankündigung, dass der Käpt'n Jean-Luc Picard, sprich der Schauspieler Patrick Stewart, zurückkommt in dieser Paraderolle aus Star Trek Next Generation. Und in einer noch nicht näher definierten Serie das nächste Kapitel von Jean-Luc Picard aufschlagen wird. Das wird dann auch unter dem Star Trek Discovery Banner laufen. Das ist ja eine der neuen Serien von Star Trek, aus dem Star Trek Universum. Und ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Und wahrscheinlich wird es dann auch in den nächsten Monaten da mehr Details zu geben. Denn gerade auch bei Star Trek wird natürlich auch immer gern, ja, die Info-Nachrichten-Maschinerie gerne bedient, damit sich ein Hype aufbaut und dann alle zum Serienstart dabei sind. Jo, und das war es auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Eventuell habt ihr Ferien oder Urlaub. Ansonsten, ja, schönen Urlaub, wenn ihr den habt. Schönen Arbeitstage, wenn ihr zu arbeiten müsst. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.